Hallöchen meine Lieben hier ist mal wieder euer BlueEyeSlayerDream mit einem Info Video zu EAFC24 und zwar habe ich vor eine EFC24 Karrieremodus zu starten die als Spring to Glory Challenge betitelt das heißt ihr seid gefragt welchen Verein soll ich nehmen ob ich einen erstellten Verein nehmen soll könnt ihr auch gerne erscheinen ob ich aus der Premier League Bundesliga etc. welcher Verein es ist Hauptsache ich nehme ihn gern dann dürft ihr euch Scouts aussuchen die meine Defensive, Mittelfeld, Flügelbereich oder Sturmbereich aufpeppen oder auch nicht nur wenn ihr wollt des Weiteren wenn die Scouts die ich in die Länder schicke dürft ihr mir denn einstellen oder in die Kommentare reinschreiben nehmen diesen Scout suche nach diesen Stürmer oder Mittelstürmer oder Flügelbereich und dann dürfen der monatliche Scout Bericht Spieler nur haben die einen gewissen Marktwert haben über 950.000 alles was da drunter ist wird runter geschmissen oder freigestellt so dass sich der Kader nach einer gewissen Zeit sehr gut entwickelt und wir daraus noch härter kräftiger Anspuren das Team zu entwickeln wenn euch dieses Spring to Glow Challenge gefällt dann haut auch einen Daumen rein Kommentar in die Kommentarenbox an der Videobeschreibung vorbeischauen und meine anderen Social Media Plattformen wie meinen zwei Kanal auf YouTube Blue Go Spiker abonnieren und Glocke aktiv machen so auf meinen Hauptkanal BlueEyeSlayerDringen ein Abo und die Glocke aktiv machen und somit können wir denn den Karrieremodus als absolute Härte Challenge nutzen die ich durch euch ihr seid meine Scouts Also tut das so dass diese Challenge ein großer Erfolg wird Ich hoffe euch hat dieses kurze Infovideo gefallen Es kommt vielleicht nochmal ein weiteres Video wo ich nochmal alles genauer erkläre Und wie bereits gesagt ich hoffe euch gefällt denn diese Spring to Glow Challenge Und ihr unterstützt mich auf den Weg diesen Karrieremodus ordentlich auszunutzen Und jetzt sage ich Wiederschauen und reingehauen euer BlueEyeSlayerDringen Und sagt Tschau Glocken 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 Vielen Dank.